weiter geht's mit super galaxy hier im schlafzimmer und heute machen wir die honig kraxel galaxy die secret galaxy die einzige secret galaxy von dem von dem schlafzimmer kraxel zum himmel himmel bienen mario wieso keine ahnung fragt mich bitte nicht wieso denn du hat wieso das wird er noch gemacht hat und jetzt diese wie soll ich sagen diese schweige musik die bei super mario 3d land spielt wenn man manche level nicht schafft oder sie einen auf den sachen so schön plattformen spornen und nicht auf die plattformen warten sondern einfach weiter fliegen hilft normal nicht mal jetzt zum beispiel nicht und dieser drehe ich mich im kreis im kreis sagt mich bitte nicht so aber das will ich einsammeln sie steht den sternstaub denn der ist immer noch wichtig so aber jetzt fliegen wir weiter und das hat ziemlich sehr viel sternstaub finde ich cool und hier kommen mit mit theoriten ins spiel kann man sie zerstören kann man sie nicht so und jetzt kommen sie hier noch das leben ist mir wichtiger so weiter geht's wie können sie eigentlich auf der wand stehen wäre bei mir zu fragen oder können eigentlich ich denke auf der wand stehen habe sie saug knöpfe oder was das wäre mal eine interessante frage wenn es jemand von euch weiß wenn nicht ist auch nicht schlimm und was war das gerade für ein für ein keine ahnung was stampfattacke für eine mega stampfattacke anscheinend darf man eine stampfattacke nicht an der wand machen aber so schon ja aber da oben ist schon der stern wir brauchen die restlichen wir brauchen die restlichen gegner nicht zu besiegen wir sammeln einfach den stern ein das war's für heute also bis an und tschüss spaß natürlich es gibt ja da noch die wüste die wir auch abschließen möchten sandinsel galaxie fliegen wir nach dort hin fliegen wir nach dort hin und was ist unsere erste mission der luftstrom des sandtornados an diese mission ja an diese mission erinnere ich mich und sie ist ziemlich cool und hier kommt glaube ich zum ersten mal noch trocken vor oder habe ich glaube wir haben sie schon in einem bosenkasten gesehen und ja mit diesen luft tornados wenn man das die 3 und schüttelt kann man fliegen und das gar nicht fliegen sondern geleitet sozusagen ich habe schon keine ahnung wie das funktioniert dass marios kopf nicht abfällt sondern in die eine richtung guckt und seine hände sich in die um seinen kopf herum drehen da wollte ich zu viel da wollte ich zu viel so schaffe ich die münze auch so zu holen so es ist eigentlich auch so merkwürdig wieso marios kopf nicht abfällt oder sein sein körper dreht sich aber der kopf bleibt dran wieso auch immer so und ich glaube wir müssen in die röhre ja der körper dreht sich aber der kopf bleibt stehen ist ein bisschen unlogisch aber okay aha und hier daran erinnere ich mich so hier gibt es aber nicht viel glaube ich an die 16 leben willst und ein wollen aber was war das für ein glitch das will ich jetzt noch mal raus finden aber jetzt kann ich ja euch den anderen weg zeigen wie man das machen muss hier zwar so so aber ich will unbedingt wissen was das für ein glitsch war zwar irgendwie wurde ich hier so durchgequetscht bei dem weitsprung wie keine ahnung ich versuche es war noch einmal hat leider nicht geklappt dann nehme ich den sechs leben und springe hier runter und nehme hier wir noch ein paar stern teile oder sternstau so hier bei der flamme leider nicht aber hier und hier werden gravitations spielchen wieder ins spiel kommen okay und blöcke mit münchen leider aber so du gehörst mir danke und was gibt es nein was gibt es auf diesem blog hätte mich interessiert gibt es hier etwas nein leider nicht aber diese münze die zeigt doch was schönes und ja eine feuerklaube die uns ganz ganz viel hilfe hier leisten kann und hier glaube ich auch der moment wir machen es so und dann springen wir hier hoch so perfekt und holen uns hier den sternstaub und in den sterne rein und sofort weg fliegen so große kaktien habe ich noch nie gesehen du stirbst mal kurz freundchen denn die können einen nerven und das war's so man kann sie auch mit hier sternstaub abschießen und dann sterben sie und das war's und das war's so rauf mit dir und rauf mit dir so wieso willst du dich hoch mario warum willst du dich hoch und ich glaub hier gab es sternstaub hier gab es sternstaub also im intro habe ich es so gesehen so ich glaube ich muss dich aktivieren ja so und japp aha hier gibt es sternstaub und hier auch und hier natürlich ich glaube jeder dieser münzen bringt uns sternstaub so und hier wird wandsprung action ins spiel kommen so hier nicht rausfallen bitte mario so so und hier nicht unterfallen danke ok und hier wahrscheinlich jetzt vielleicht an dem rand entlang nein da ein weitsprung zack boom zack boom ja geh jetzt kaputt geh kaputt jetzt so und sammle den stern ein den und geduld der fünfundfünfzigste glaube ich und der gormel loma ist aufgetaucht aber der kommt erst am ende so wir machen jetzt weiter mit der sandinsel galaxie und ich muss euch vorwarnen dieses dieser part wird etwas kürzer sein denn ich habe nicht so viel zeit heute auf 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 ja auf auf zu nehmen auf zu nehmen und jetzt kommen bock ist ins spiel aha und hier müssen wir ein fünfer kill glaube ich machen zack boom und sie sind alle tot und es kommt ein roter der sofort stürmt hahaha was war das für ein löschen ah und bei dieser galaxie gibt es auch einen secret star welchen wir aber nicht heute holen werden sondern ne nicht jetzt meinte ich vielleicht heute aber nicht jetzt ein anderes mal es ist ein gormel loma die kursi kowski so rough mit dir So 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 Komm Wir schaffen alle diese Sternteile in einem In einem Durchlauf Du 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 Jawohl Hat wunderbar geklappt Und in diesem Spiel Was ich betonen muss Ist die erste Welt nicht Typisch Wüste Das muss man Betonen So Ich glaube Bei dem grünen Weg Gab es Das ist eine Röhre Und ich will sie zeigen Denn ich habe keine Ahnung was hier drin ist Und diese Laserkanonen Aber für mich ist diese Röhre interessant Die uns hier herbringt Und ich glaube man muss hier wieder Noten sammeln Sammeln Also sammeln 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 Das klassische Mario Untergrund Theme Nur ein kleiner Remix Ja Ja Ein nettes Secret Kann man auf jeden Fall holen Wenn man Zeit hat Aber wir haben nicht so viel Zeit Und jetzt kommen wir hier raus Achja Achja mit dieser Mit dieser Röhre Kann man viel skippen Ihr werdet gleich sehen was man skippen kann Und zwar Glaub ich Das All Ne Das nicht Hä Moment mal Ja Ich glaube das alles Und Das Kann man skippen Oder Moment Wait 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 Hä Jetzt bin ich völlig überfragt Was kann man den skippen Und was nicht Ich glaube hier entlang müssen wir trotz Glaub ich zumindest Glaub ich zumindest Hä 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 Wo geht es hier weiter Wäre Wäre Bei mir Die Frage Moment mal Kann ich hier ein bisschen Abkürzen Es sollte Rein theoretisch Klappen Ja Denn Durch den Wenn der Wenn der Schwarm Hochfliegt Und man im perfekten In dem perfekten Moment Hochspringt Dann wird man ein bisschen Geboostet Das nach Oben So Aber jetzt Vorsicht Von diesen Steinen Wird man getroffen Aufpassen So Und Beeilung Hier kann man leider nicht abkürzen Oder Doch Ein bisschen Und Da Ist der Stern Der 56 Noch eine Stern Machen wir Und Und Da Muss ich auch leider Diesen Part Beenden Sandinsel Galaxie Was ist dein Dritter Stern Oder Ich habe eine bessere Idee Wir machen den Secret Stern Welcher Welcher hier auf uns wartet So wir können ja das alles hier skippen Du kannst sterben Und ihr bitte auch BAM Und 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 Ich sagte so 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 Das war alles natürlich um mehr sternteile zu bekommen Ja Stern ja gibt es hier der bringt uns gute 51 72 sternpunkte lala wie viel willst du wie viel willst du sagst mir sagst mir sagst mir ich gebe dir 20 also war diese arbeit sozusagen sonst okay das war's das war's mein baum ist voll dann wollen wir mal los gegen verwandlung boom ein neues planet wurde geboren es ist sowas ähnlich wie eine pyramide aber doppelseitig mal sehen was sich hier innen drinnen befindet silber sterne ok aha also silber sterne sammeln das machen wir am besten so nicht so sondern wollte ich sagen so ja perfekt so hier gibt es leider nichts gibt es hier silber sterne nein hier kann ich eines schon sehen so und man macht es am besten am besten so und was habe ich da jetzt auch einen bug getriggert aha ich habe verstanden das ist kein bug aber das spiel erlaubt einem das cheater nicht ist so so noch die noch die 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 So, wo ist die Nummer 5? Die Nummer 5 wird jetzt ein Problem zu finden sein. Und ich wurde dort fast zerquetscht. Das war knappe Redo. Aha! Hier ist die Nummer 6, äh 5. Meine ich natürlich. Welchen wir gleich einsam werden. Und hoffentlich nicht vom Treibsand zerstört. Ne. Der Treibsand ver- Aha! Der Treibsand ver- Und es ist ein Grün-Stern. Und mit diesem Grün-Stern beende ich diesen Part. Also, wenn ich den Part mal habe, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, über ein Like. Obwohl Like und Daumen nach oben ist gleiches. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao! 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 Ciao!